Also jetzt muss ich auf mein Mais warten. Ich gucke gerade mal, ob die Quarys funktionieren. Warum hänge ich in der Luft fest? So, jetzt haben wir alle eine Million auf fünf Millionen geupgradet. Wir können insgesamt zehn Vibrant Alloys noch mal machen. Okay, ist ja nur ein bisschen. Ah, ich weiß was das. Hört sicherlich viel an, aber das heißt ich muss jetzt nur noch auf Vibrant Alloys machen. Ah, jetzt ist er viel schneller. Ah, das wusste ich gar nicht. Man muss diese Speed-Upgrades dann abbauen, dann scannt er viel, viel schneller. Ach so. Okay. Hab ich schon mal vorhin gesagt, ne? Äh, weiß ich gar nicht. Aber hast du schon mal das Deep Dark angeguckt? So eine ganze Seite ist einfach voller Erde. So ein richtiger Teppich quasi, ne? Richtiger Flukati halt. Ah, ich flieg hoch. Hallo, hallo. Oh, ich seh's gerade. Ja, hast du gesehen, ne? Ja, ja. Oh boy. Tja, ich hoffe die arbeiten gleich noch weiter. Die haben halt ein riesiges Feld abzustecken. Also Gold ist halt immer noch nix reingekommen, aber ich geh mal von aus, das dauert nicht mehr lange. So, wie sieht's denn mit dem Reaktor aus? Was macht der denn? Ja, der hat null. Ja, ist ja normal. Ich füll hier gerade auch die ganze Zeit nach. Okay. Können wir mal? Ich hoffe der kommt. Ja, der füllt wieder ab. Der kriegt wieder Strom. Alles gut. Und guck mal, was ich jetzt hier mache. Ja, ja. Da wird nochmal ein Energized Eloy eingeschmolzen. Ja, ist es. Alter. Okay, okay, okay. Okay, Doki Smokey. Das geht jetzt ab. Ähm, ich wollte... Ach so, ja. Ja, ich guck mal. Essen... Hat noch keine Ahnung. Äh, ne. Essenz... Ne. Ich guck mal, ob die Essenz... Ja, wobei. Ich kann nicht gucken, ob die Essenzbären wachsen. Oh, wie blöd. Ja. Was hab ich gemacht? Nein. Ja, was brauchen wir noch? Genau, was brauchen wir für den zweiten... Die dritte Verbesserung. Extra Utilities. Ähm... Energentics Eloy. Hier haben wir das ja. Da ist... Oh, wir könnten ja nochmal Fortune drauf packen. Dann, ähm... Ja. Warum nicht, ne? Ja. Ähm, dafür brauchen wir Buch und Feder wieder. Buch... Haben wir Feder? Buch und Feder. Buch... Ich warte eigentlich jetzt nur noch, dass es fertig wird. Ach, hier hinten haben wir auch noch 25 Millionen stehen. Einfach mal so. Ah, noch ein paar Buch und Feder haben wir zum Glück. So, jetzt brauchen wir... Was brauchen wir für Glück? Ach, das war ein Smaragd. Machst du mal da hinten hin, damit es wieder auflädt, ne? Ja, mach das. Ja, mach das. Wir können hier einzeln... Wir können hier einzeln stellen. Aha. Aber wenn du die mal brauchst, kannst du die einfach rausnehmen. Ah, ich hab keine Erfahrung mehr. Fuh... Ich hab 18. Okay. Ähm... Fällt das raus, wenn ich das reintun? Ne. Kannst... Okay. Das... Wir brauchen das zweimal. Nein, ich hab mein... Ein... 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 Noch eine? Perfekt. Äh... Du hast die Bücher? Du hast ein Buch? Du hast noch ein Buch, ja. Nein. Ja, danke. Ja, ist es. Da hab ich kein Level mehr. Oh nein! Wir brauchen noch ein paar. Ähm... Ich guck gerade mal in... Extra... Gib mir wer ein Vibrant Alloy. Komm schon. Oh, 16 Energetic schon wieder. Schon mal ganz gut. Was... Ach so. Das ist ja easy. Mal 20 fort schon. Was hältst du davon? Ja, das ist wirklich... Das erste hat 1,5... 5... 20. Oder 80. 80. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Was? Ich mache noch einen Alloy. Äh... 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 Alloy... Pfff... Nee, der erste... 5... 20... 80. Der braucht zwei Diamine... Das ist ja eigentlich easy going. Okay, krass. Okay, machen wir erstmal den ersten Fortune-Upgrade. Das hat ja schon mal fünf. Ich mach jetzt nochmal einen Erlöfsmail-Treten dran. Ja, warum nicht? Wir haben es ja, ne? Wir haben es echt. Quarz. Na, ich hab nur eine Seite. Wir brauchen Quarz-Blöcke. Machen wir mal so. Komm, passt. Ah, okay. Ich mach grad mal Quarz-Blöcke. Schwarze, dunkle, durchgesägte. Und was brauch ich noch? War das obsidian? Hallo? Hallo? Sorry, ich hab was auf den Zorn. So, gib mir mal Gold. Oh, was soll ich grad machen? Ja, genau. Dann gib mir mal Redstone. Und dann gib mir mal Glowstone. Mhm. So, wir brauchen... Oh. Oh, unser Glowstone geht langsam aus. Nicht. Nicht. Geht nicht aus. Okay, dann brauchen wir einmal den, ne? Ne, äh, Quarz. So, wir haben jetzt dreimal eine Produktion mit diesem Atomic Alloy, oder wie man heißt. Mhm. Ähm. So. Oktabel können wir auch mal reinsetzen. Geht halt mal einen Tanken schneller hier. Der hat auch einen Doppel. Der kommt raus, der kommt rein. Der hat schon Oktabel. Gut. Jetzt brauchen wir den Fortschritt. Ja, ganz ehrlich, diese Oktabel, die baue ich dir in 10 Minuten. Joa. Das geht ja jetzt auch mittlerweile, ne? Ja. Zum Glück. Okay, wir... Ich hab gedacht, wir haben keinen Redstone mehr, aber wir haben noch... ...11k. Ist okay. Ja, aber langsam brauchen wir wieder Redstone. Naja, wenn das Ding mal arbeiten würde da unten. Schon wieder 33. Und ich bräuchte mal endlich ein bisschen Erfahrung. Weißt du, was das krasseste ist? Was denn? Ja, einfach... ...33 dazu bekommen. Alter. Möchte nicht wissen, wie viel Vibra... Wir haben schon wieder 29 Vibra... Äh, leih. Ah, das geht ein bisschen schnell, hm? Äh, geht mir grad ein bisschen wirklich zu schnell. Joa. Ähm... Komm mal mit. Ja. Und dann sind wir einfach dahin. Ja. Achtung. Jetzt halt dich fest. Eins, zwei, drei... Vier, fünf... Ja, also... Strommangel... Joa, Strommangel kennen wir hier nicht. Jetzt fehlt uns nur noch dieses Scheiß-Drecks-Teil. Ach, da fehlt uns Glowstone. Ach, da fehlt uns Glowstone. Der saugt nix mehr ab, komischerweise. Hä? Huch, was hab ich denn gar gemacht? Warte, warte. Der saugt nix mehr ab unten. Naja, der macht kein Ding ins Meer, warte. Er saugt schon noch, guck. Die Rückschaltung hat sich nur aufgehangen. Ah, okay. Vielleicht wegen der Rüstung vorhin. Das steht ja auch nicht neu. Ja. Da kommt ja noch so ein bisschen Zeug rüber, Alter. Alter. Das wird dann aber auch abgebaut, wenn wir fertig sind. Ja, klar, klar, klar. Damit das... Soll ja einfach nur jetzt zum Schmelzen dienen, weil wir viel zu viel Zeug haben. 575.000. Äh, Millionen. Eine halbe Billion haben wir schon geschafft. Ja. Ne, nach einer Million kommt eine Milliarde, ne? Ja, ja. Ich überlege gerade ob nicht schon... Eine halbe Milliarde. Ne, 100 Millionen, ne, eine Milliarde. Ja, ja, doch, doch. Äh, Milliarde erst mal. Billions sind ja in der USA. Ja, ich hab hier hinten ja noch ein 25. Ähm, ich saug ja noch. Ich hab auch noch ein 25. Also. Ah, 40 Energized Alloy wieder. Cool. Mhm. Direkt mal reintun. Geben wir mal hoch, gucken wir mal. Vibrant Alloy wird jetzt produziert en masse. Wie viel haben wir denn noch an Banks? Ähm, genau noch 5 Stück. Aber jetzt mal so eine ganz doofe Frage. Wozu brauchst du? Wozu brauchen wir das? Wenn ich mal einen Reaktor umbauen möchte. Okay, da hast du recht. Und das, das werde ich gleich noch machen. Ach, das, du würdest hier noch ausweiten, ja? Ja. Nach unten. Ich will den unten rum noch ein bisschen bestücken. Aber dann brauchst du dringend Graphit, äh, Graphit. Ja, ja. Graphit kriegen wir easy. Ja, wir haben ja genug Kohle. Komm. Werkbank. Du bist mit dabei. So. Hopp. Bearscht. Und, wie sieht's aus? Ja. Ja, Computer sagt ein bisschen ja, nein, vielleicht. Ja, doch, vielleicht. Ja. Der arbeitet sich munter durch. Oh, die sind fertig endlich. Okay, jetzt brauche ich nur noch, ähm, was waren das? Eisenspitzhacken, ne? Glaube ich schon. Ja, Eisenspitzhacken. Eisen. Haben wir keiner da. Keiner da in Kanada. Ja, da, 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 da. So, nochmal zwei. So, zwei. Elf konnte ich nur machen, weil ich keinen Ingetik-Elem mehr hab, ne? Ja, 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 ja. Ja, aber wir produzieren eins nach, dann geht hier eins raus. Also die Produktion ist jetzt automatisiert. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist das Wichtigste, weil jetzt könnten wir ohne Probleme offline gehen und der arbeitet sich halt jetzt durch. Also ist halt oben die Truhe leer, ne? Ja, klar. Oh, das dauert. Bald können wir ME-Crafting-System machen, dann bestellst du einfach mal 500 Entelektoren und dann kannst du damit, äh, nix morgen rechnen. Ja, klar. Also, wenn's reicht. Ja. Also, wenn wir so eine Milliarde haben, dann macht das natürlich schon Sinn, weil wenn du dann wirklich jetzt den Reaktor nochmal nach unten ausbauen willst, ne, ne, erst mal nicht. Der reicht. Was? Der rein? Der reicht erst mal, ja, ja. Bist du dir sehr sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Und nochmal drei Banks. Krass. Krass. So. Wo setz ich die jetzt hin? Eins. Da muss es passt. Drei. Drei. Wie viel haben wir jetzt? 650 Millionen. Also das ist einfach nur Warnung. Der Reaktor sagt einfach, oh, ich bin gerade etwas leer. Ja. Der muss halt jetzt nacharbeiten, ne? Ja. Da. Da. Was kommt denn da nochmal in der Mitte hin? Wo? Ach, ein Vibrant Aloy. Daran hat's gelegen. Ja. So ein bisschen. Guck mal, ich habe einfach mal fünffachen Stein wieder gemacht hier. Bats. Und wir haben eine Menge Platz gespart. Krass. Ich will nicht sagen, aber wir haben nochmal eine. Ich kann Musik, die über Bluetooth abgespielt wird, nicht im Wiederholen. Gesse. 675 Millionen. Ja. Ja, okay. Das wird der Atombunker. Guck mal hier vorne. Oh, halb leer. Kann man das da drüben vielleicht? Ah. Ja. Moment. Wie ist das gemacht? Äh, Shift und Rechtsklick. Ah. Ja. Du kannst auch so eine Zahl einblenden lassen. Ich weiß jetzt nicht, was das nochmal war. Ein. Ach so. Das ist das, was reingeht. Okay. Genau. Können wir auch. Ah, warte mal. Okay. Ja. Gefällt mir auch. Sieht schick aus. Kann man nicht sagen. Jetzt kommt noch links und oben rechts. Warte, da kommt noch eine hin? Aha. Ja. Da links kommt noch eine hin? Da, ja. Hier. Dann haben wir einen vollen Reaktor. Das ist, Alter. Aber ich muss, ich muss doch nicht 5 Millionen nachbauen. Ach nee, haben wir ja einen. Okay. Aber 5 Millionen muss ich kurz so nachbauen. Das ist ja egal. Ich habe mal kurz die Truhe abgebaut. Aber jetzt sieht das halt so aus wie, keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist eine Katastrophe. Alter. Guck ich mir das doch mal an. Input von 40.000, Output von 20.000. Was denn? Ich brauchte ein paar Holz und Blöcke. Ja. Haben wir, haben wir Farbe, also Dye, Dry? Ne, wie heißt das Dye? Lapis. Lapis, Lazuli. Amor. Ähm. Wie, ach so. Oh, ich weiß, was ich machen kann. Oh, ja. Ich wollte diese Fischer machen. Fischer. Ja, ich seh da. I see these. Dafür brauchen wir Bioplastik. Bioplastic Plastik. Mhm. Wir können aber Potato Starch. Potato Starch. Ähm, ja. Einfach hier reinwerfen. Batz. Ey, ich hab Level 9. Weißt du, wie easy das ist? Ich baue einfach nur noch Ei nach dem anderen. Ja, das wird irgendwann sehr einfach. Habe ich auch so ein Gefühl gehabt. Dann brauchen wir Angeln. Ganz viele Angeln. Eins, zwei. Oh, haben wir keine Fäden mehr? Nein, weißt du, was mir fehlt? Mhm. Das orangene Zeug. Energetic Alloy. Ah, okay. Das ist nicht gut. Ach ja, kurz mal 10 Sekunden warten, dann hat man das wieder. Oh, ah. Utifiber. Oh, oh. Wir haben keine Fäden mehr. Das ist nicht gut. Oh boy. Oh boy. Weißt du was? Batz. Ja. Weil wir uns leisten können. Einmal Batz. Weil wir uns leisten können. Oh nein, ich hab einmal außerdem 5 Millionen zu viel gemacht. Weil wir uns leisten können. Ich muss einmal 5 Millionen nachmachen. Das heißt, wir brauchen 1, 2 davon. Das heißt, mir fehlen noch 3 Barren. Oh. Nehme ich jetzt hier raus. 1, 2, 3. Ich mache ein paar Fischer. Fisch, Fisch. Fies, Fies. Kapator. 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 Achso. Das kommt hier. Oh boy, weißt du was uns noch mal fehlt? Kloster Ja, da hast du mal wieder übertrieben Ich weiß nicht wo unser ganzes Kloster da hinten ist Ah, wie kann man denn Fäden herstellen? Man kann das doch nicht so Aus Flachs Ah ne, hier Baumwolle geht auch noch Oh, wir brauchen ne Baumwollfarben sehe ich gerade Oh 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 Was? Äh, nichts Das hast du jetzt gerade nicht wirklich gesagt, oder? Was? Das böse N-Wort Nicht nichts, ja Nein, Nazi Nazi? Ja Ah, ich brauche nicht Gartenzeug Ähm Gartenzeug? Ich will ja nichts sagen Aber wir haben einen schönen Speichen Das wird immer krasser Von 725 Millionen 725 Ah, weißt du was? Wir machen die Baumwollfarm da oben Und wir bekommen gerade ne Menge Mais rein Hör auf Hör auf Sooo So was Neon besser Hahahaha, jetzt steht da ein riesen I-N Was? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hör auf 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 Ich glaube du hast nichts berein亞 Alles kaputt gemacht Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Das ACT mister Hör auf Herr in der Das ist nicht normal bedingt ich verstehe dich nicht damit damit ich lass konfetti für dich regnen der beste mensch bist du der reaktor kommt gar nicht mehr hinterher das aufzufüllen ja klar nicht so schnell bin ich am bauen so kommt er gar nicht hinterher ja klar nicht unsere quarry die wird sich auch denken wo ist mein thron und jetzt hier noch und jetzt baumwolle ich sehe es gleich schon kommen wir haben gleich keine kein gold mehr wegen wem wegen wem glauben nicht wegen mir so redest du dich also ja ich muss ein paar kapazite bauen ja klar macht doch weiß was mir wieder fehlt das was ich immer brauche wir haben 600 gold da ist der mensch bist du ja nicht so das und das kommt weg es sieht ein bisschen seltsam aus was noch ich habe so ein 1 2 ideen wir das schöner machen könnten unser schiff soll schöner werden ich will halt ein bisschen geschickter bauen jetzt hier weil sonst sieht das nicht so pralle aus was nichts 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 alles gut da hat jemand spaß ein bisschen ein bisschen 1500 kopfe ja das ist nicht deren ernst ach ja krass das das ah ich weiß noch was ich machen wollte hei 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 komm das machen wir jetzt auch noch weg dann siehts nochmal wir möchten aber erstmal gold haben ja ja 72 gold ist hier noch drin gold werde ich wahrscheinlich nicht brauchen da ist jetzt ein bisschen zu gewollt aus aber komm ist schon hi no hi wir haben auch kein gold hier drin ne 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 warte mal so danach kann ich nach gold suchen oh hier haben wir ein paar stext drin ah ok sehr gut ähm was wollte ich denn gerade noch machen ah ja ah ja dann mach ich jetzt gold als erstes damit wir erstmal wieder gold nachkriegen ja ja er macht das ich hab noch eine idee was ich gerne machen würde mhm krass hm das haben wir das haben wir ach ah also wir haben nur in der einen kiste haben wir so viel gold drin in der anderen kiste gar nicht wir haben 1,2,3,4,5,6,6,6 gold krass also zwölf stacks gold haben wir dann nur nicht gut können wir die query einstellen nur für gold ähm nee das geht tatsächlich nicht das geht tatsächlich nicht also wie gesagt nicht dass ich wüsste kannst ja noch mal gucken vielleicht findest du eine möglichkeit ist natürlich eigentlich ganz nett aber das kennt ja alles und baut ja alles ab also zu kompliziert zu machen jetzt nur eine hier in der dingens eingestellt weiß ja wir können ja gleich mal gucken ob die ender quarry überhaupt arbeitet alter weißt du was los ist der reaktor ist einfach so was von leer krass krise alter ohne witz das glaube ich sofort so jetzt habe ich relativ klein den reaktor den wir hier haben ja relativ klein naja einige bauen das so dass es ein world trade center ist naja wirklich ja ja klar aber wir brauchen ja sowas gerade nicht ein kollege von mir der baut das alles so ja kann man ja machen aber wozu so guck mal was ich hab echtes auch ein bilderswand ja juhu damit kann ich endlich bisschen schneller bauen das war ja immer so das problem darf ich unser keller noch ein bisschen schöner machen ja kann so machen muss halt nur dann wie mache ich jetzt noch mal schüssel eben guck bin ich gerade doof unstable schüssel äh ah jetzt geht's ey ich muss mal kurz was testen ob das damit funktioniert warte mal ich denke ich erzähle dir alles das machst du sowieso äh was von denen sind die richtigen äh hier geht das hier geht das nicht hier geht das jetzt ach Gott ist es dein Ernst ich muss okay gut das ist nicht schön das ist dann nur für Steine gut merke ich gerade ja toll ja für Gneiss geht das jetzt natürlich gar nicht oh ist das blöd dieser bilderswand ist ja echt blöd gemacht nein das wollte ich nicht ich bin schon wieder nicht im Rezept okay warum Chisel ach guck mal wir bauen mal ein bisschen hier ich brauch den Chisel da sind sie Diamond Chisel ach so einfach geht die Digga ja Stick ja kann ich das mit Manille mal aufmachen so Manille wow Kann man hier noch was machen? Ja. Guck mal. Ich habe hier fast eine Höhle gebaut. Ich wollte diesen Wilders Wand einfach mal probieren. Das ist toll. Glaube ich dir. Ah. Ja, jetzt habe ich hier einfach mal einen Berg geschaffen. So ein bisschen. Da müsste man nur irgendwie runterbleiben. Ach ja. Oh, habe ich... Doch, geht nicht. Jetzt baue ich hier einen kleinen Berg mal drauf. Der eigentlich ganz Nietzsche ist. Guck mal. Da ist ein Berg entstanden. Auch wenn er jetzt nicht... Auch wenn er jetzt nicht...